Ich habe in dem Video zuvor erklärt, wie der Doppelspalt funktioniert. Also ich schwimme hier und schaue mir an, wie die Wellen jetzt hier so auf mich zukommen und habe hier einen Weglängenunterschied Delta S. Bei Licht ist es ein bisschen anders. Bei Licht habe ich hier einen Spalt. Das ist ein Dia. Das heißt, das sind nur ein paar Zentimeter und das sind hier 0,5 Millimeter Spaltabstand. Da muss ich mit dem Laser draufknallen und sehe dann irgendwo in der Entfernung von 2 Meter sehe ich dann so einen Punkt und ein paar Punkte daneben. Das heißt, die Situation ist, ich habe jetzt hier also ein Dreieck und das Dreieck hat hier den Spaltabstand von 0,5 Millimeter und hier eine Länge von 2 Meter. Ich mache da eine Näherung. Ich sage, näherungsweise sind diese beiden parallel. Und das ist, also ich gehe jetzt hier nicht, also Moment, also ich mache jetzt hier nicht, also in der Mitte keinen Weglängenunterschied und hier erstes Maximum, sondern wegradieren. Jetzt ein bisschen sauber. Das ist ein bisschen lästig. Genau. Ich sage hier, also die treffen sich irgendwann, also wenn das jetzt Licht wäre, wären es hier ja so 0,5 Millimeter und das andere 2 Meter. Und wenn das Licht wäre, würden sich diese zwei Linien schon irgendwo treffen, schauen aber näherungsweise parallel aus. Also ob die sich dann irgendwo ganz weit hinten treffen, ja oder nein, das ist egal. Das kann man mit bloßem Auge hier nicht so sehen, ob das jetzt nur näherungsweise parallel oder fast parallel ist. Okay. Und hier habe ich das 0. Max, 0. Max und hier habe ich das erste Maximum und ich habe einen Weglängenunterschied und dann zeichne ich jetzt hier keinen Kreis, sondern, ich schaue mir das hier so an, genau. Und diese Strecke ist mein Delta S und diese Strecke ist beim ersten Maximum genau ein Lambda, also Delta S gleich Lambda. Und ich habe den Winkel Alpha an der Stelle und habe ihn an der Stelle. Und jetzt habe ich hier ein Dreieck und habe den Sinus drin. Gegenkathete zur Hypotenuse. Also wenn ich das Dreieck nochmal so hinmale, so, 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 rechter Winkel, Hypotenuse, Alpha und das ist die Gegenkathete und deswegen der Sinus. Und ich habe die Formel Sinus Alpha gleich Delta S zu B. Spaltabstand nenne ich B. Gut. Und im Großen, ja, hier ist groß, so, da habe ich so meine Punkte, ja, und da ist das erste Maximum. Gut. Dann nenne ich diesen Abstand, in jedem Buch ist ein bisschen anders. Den nenne ich A und diesen Abstand nenne ich D. Und dann habe ich hier so ein riesiges Dreieck, da ist hier das Alpha drin. Alpha, rechter Winkel. Und da habe ich den Tangens. Das ist die Gegenkathete, das ist die Ankathete, also Tangens Alpha gleich D durch A. Das ist A. Gut. Und als nächste Näherung, das ist schon mal so wichtig, das gilt immer. Hier habe ich nur genähert, das muss weit weg sein. Und als nächste Näherung, wenn Alpha sehr klein ist, irgendwas bei einem Grad, dann ist Sinus Alpha gleich Tangens Alpha. Sinus Alpha ist ungefähr gleich Tangens Alpha. Und dann kann ich hinschreiben, dann schreibe ich einfach Delta S durch B gleich D durch A mit. Beim ersten Maximum ist Delta S gleich Lambda. Beim zweiten Maximum ist Delta S gleich 2 Lambda und so weiter. Delta S gleich 3 Lambda. Und beim ersten Minimum ist Delta S gleich 0,5 Lambda. Und beim zweiten Minimum ist Delta S gleich 1,5 Lambda. Und dann 2,5 Lambda. Drittes Minimum und so weiter und so weiter. Genau. Das heißt also, man hat hier an der Stelle eine Formel mit vier Buchstaben. Und drei sind gegeben und eins ist gesucht. Und so funktioniert das. Und irgendwo in der Aufgabe ist immer gegeben. Es ist das erste Minimum oder das zweite Maximum. Also das muss man dann immer so machen. Und damit lässt sich das lösen.